und damit ein herzliches willkommen zurück zu einer neuen folge von 7 days to die neue aufnahmesession und wir fahren mal ein bisschen wollte sagen wir fahren mal ein bisschen mit dem fahrrad aber das fahrrad lasse ich hier weil das ding ist voller verkaufsmaterial wie sieht es hier aus guck mal das wächst alles schon mal damals schon genau da kommt bald noch mehr ja wir wir müssen ganz kurz rein kommen wir haben jetzt wieder über eine woche nicht gespielt das ist wenn man let's place macht dann spielt man jeden tag so also ich habe gar nicht geguckt ob ich lehrung doch mal da ist ein haus da können wir rein komm schon wieder nicht den ganzen fugen ist da vorbei wir haben jetzt wieder so viele vätern zu hause hier rein würde ich gerne aber geduckt natürlich hier 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 du bist du ja neben dem verband besser ich bin ein nacken würde bis auf angeben aber du darfst mich nicht behindern die ganze zeit hier so ach da ist was tschuldigung du guckst du dich gerade ja ok bei mir sieht aus wenn du läufst deswegen kannst du mal kurz aufstehen wieder ducken wollte ich sagen kann sich kurz aufstehen wieder ducken jetzt duckst du warst du doch nicht in dunkel doch okay das hört dich nicht gut an wir einmal laufen und dann einmal aufstehen wir haben ja irgendein bug wir haben jetzt alpha 17.4 aber ja katze das ist jetzt keine gute idee hier katzen kuchen ist immer eine gute idee aufstehen aufschlagen ne ne warte ich bin in diesen häusern gibt es immer einen weg da brauchst du eigentlich nicht hoch warte mal hier lang geiervieh 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 auf den vortechnen sind die eigentlich immer drauf da oben ist das einer ne 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 stopp von hinten oh das ist gemein man pass auf in man darauf kommst schau mal in die andere kabine rein warte aber pass auf vor dem wc liegt eine mine naja schweiß Die lassen wir da Du hast noch eine Lampe, ne? Ja Aber hier ist nämlich deine Lampe aus Deswegen Mach deine Lampe mal kurz aus wieder an Okay Wenn du sie ausmachst, ist sie bei mir an Okay, so gut So, da ist er So, gucken wir mal, was hier in der Küche ist Kaffee Können wir gleich zu Hause wieder Gucken, ob wir da auch noch ein paar andere Sachen anbauen können Kannst ruhig auch luden, ne? Ach so Ne, das will ich nicht Da oben ist eine Tasche drauf Ne, die habe ich schon gelootet Was soll ich noch anbauen? Ja, er muss wieder aufstehen Hase banyak hingehen, ja Ja hier Ja hier Ja hier ist mich Verrückter Obviously Mit Ihnen habe ihn da hinten wünschte die couch abbauen ja dachte ich mir hast du schon ordentliche schuhe pflanzenschuhe hier hier kaffeesaat kannst du dir mal mitnehmen ja hier 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 ist noch ein bisschen stoff nehmen wir auch noch mit schade so hier geht es weiter einfach aufstehen dann geht es so hier oben sind wieder geier muss aufpassen hier ist noch eine klappe ein koffer nick nix drin auch gut ne hier 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 und silber oder was auch immer das war das hier noch zwei kisten ich mache die erste kiste auf hier 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 pozera hier ja ich würde sagen die erste später der machte ich 45 dann immer ich habe ja noch so war es das schon ja ja soll es gewesen ein das haus wir sagen wir gehen zurück wenn fuß verstaucht oder hast du nein das hat sich bei dir schon angehört es hat sich nur angehört wie hier also mal hier noch dock boarding and gnoming das heißt da sind hunde drin ich mag schon keine hunde im echten leben und hier noch weniger ich würde dann noch mal reingehen wollen aber man das ganze zeug gemeint so einen hier so einen mülleimer hier reinwerfen lass ich warte ich gebe es einfach in den container den finden wir wenigstens ja und daneben ist ja noch einmal doch ruhig aus rein also will einmal hat auch platz ok ich habe noch eine eigene hellenmaske mit also gasmaske willst du die vielleicht haben stufe ach ja peter ach 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 ich habe eine munition herausgeworfen die sollte ich mitnehmen lassen wir mal hier hinten rein gehen cool she takes tour ok ich gehe mal in deckung da ist ein hundezwinger ja das ist ein hundezwinger ohne hunde sei froh wenn sie hier nicht sind sind im haus hier sind keine drinnen wie im haus wieso sagst du da sind keine drinnen natürlich sind da welche drin ja hier im zwiegerchen keiner drin hat nee da nicht aber hier im haus ok hier links ist eine luke ach hier war schon mal drin du oder ich war hier drin da ist eine luke links guck mal da unten ist auf jeden fall leer gelootet also war schon mal einer von uns drin du glaube ich weil ich kenne das nicht ich wüsste auch nicht dass ich da drinnen war ach doch da war ich schon drinnen ok ja ja da war ich ja ok schade dass ich mich hier nicht durch kriege doch kann ich cool ich darf es kaputt machen so äh dann würde ich sagen wir gehen erst nach hause oder und dann gehen wir nochmal hier los und machen nochmal ein haus dahinten ist noch ein shop deswegen oder ne lass mal in den ersten shop gehen komm ist ja nicht weit von zu hause halt nicht nur hier lang mal mal erst das kling kann man machen ja Achtung diesen geier auf jeden fall oder hunde oder beides das ach nee das war das ding ok erstmal da ohne flechte oder ne vegetarische hier ist noch ne ne couch wenn du die abbauen möchtest übrigens wenn du ein wired tool hast damit besser abzubauen denn da klick kriegst du noch extra was sachen raus na das habe ich ja im müllkontainer gelassen ok kein Problem wo ist denn die zombies sind wo hast du die zombies gelassen man die sind ausgeflogen nach hier oben ich brauche auch mal so ne lampe so ne hellen lampe so hier drüben in dem in dem wasserspeicher da ist noch ne kiste drin wo bist du hier achten achten was achten du du dein du 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 Oh, 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 oh. ok ich will ich zum bisschen weil ich bestreite ich beklage mich jetzt nicht doch eigentlich schon so hier das kaputt zu sagen ich mache dann das hier recht dahinter ist eigentlich ein habsi habsi hier ist ein safe militären schuhe stufe 3 danke 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 so hast du was hast du denn an ach so hier kommen schlägt man es hat den in den des freien für dich ein hemmten overtop und ein t-shirt je nachdem was anziehen müsstest dafür dass hier so eine schwitzige arbeit machst ja ich guck mal nee das ist was für dich das in einem präger oder immer more damage ergänzt ein wenn das ist was für dich und das andere ist auch was für dich das kannst du deine rüstung einbauen hast du drei kapazität mehr damit machst du mehr schaden an eisen gerade was für dich ja kann man eigentlich gehen nur noch umziehen ich möchte an die im overtop sehen ich möchte an die im overtop sehen ja schon viel sexy aus manch ja außer wenn ich mein ledeponche anziehen ja passt schon geht schon geht auch sexy aus so dann lassen wir hier durch aber das glaube ich ist zu stark ne ja hier lang halt halt hier liegt doch mal was auf den felsen siehst du was habe ich jetzt schaden bekommen achte ich das glas das glas habe ich schaden bekommen dann haben wir das auch mit der da wollen wir noch hin wo bist du da hinten brennt ein zombie ich treffe ihn gar nicht von da er brennt aber ganz schön viele in der wl in der wischenzeit schon in alpha 18 kommen dann endlich auch die bücher zurück mit neuen perks die schleiden dann die schalten dann zusätzliche trade person andere frage hast gemerkt wo jetzt unser ganz richtig jaja has an dem anderm haus eine myślę ich weiß schon wir müssten auszureck Ich drücke mal I. Bitte wischen like, ey. So, pass auf. Wir sind schon bei 27 Minuten. Bei mir, ich müsste mal ein bisschen Licht anmachen. Ich sag mal, hey Siri, zocke Ecke, Licht an. Siehste? So geht's. Hey Elisabeth, Licht an. Da wird deine Frau aber ganz schön komisch gucken. Das ist jetzt im Leben. Simon spielt Atlas. Naja, hier rechts. Ja, hier. Das Haus. Das machen wir in der neuen Folge. Aber nicht mit dem Loot, was wir jetzt hier internen, sondern am Tag. Wir kommen nochmal her. Denn das Haus ist auch nicht ohne. Nee. Und, äh, ja. Ich will sagen, wir gehen zurück. Geben ab. Hier lang. Nach Westen. Haben ein bisschen Loot. Jeder hat was zu essen dabei. Äh, nö. Du hast auch was zu essen bekommen. Wann? Hast du bestimmt in die Kiste geworfen, da vorne, in den... Nee. Weil in der Essenskiste, was ich gelootet hab, waren zweifach auch das Fleisch drin. Ach so, okay. Dann geb ich dir was. Oh. Ich hab was. So, worauf. Hier. Einmal... Ein Meat Stew. Das kannst du dann schon essen. So. So, wir gehen erstmal zurück, ne? Wir sind uns in einer neuen Folge, würde ich sagen, oder? Jo. Und, äh, wir nehmen dann erst wieder auf, wenn wir alles verlaten haben, weil das einsortieren, das sauerte eh immer und, äh... Das ist richtig, ja. Guckt dir eh keiner gern zu. Und meine Katze muss ich auch noch vertrösten, dass sie jetzt hier wieder rumtäuscht und schweucht. Mensch, 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 Katze. So, dann einmal dahin, da. Also, bis dann, liebe Leute. Bis zum späteren Mal. Nichts so, oder, machen wir da in dem Haus. Ja. Oh, hinter dir. Ja, hinter mir. Bleiben Sie liegen, dreckiges Wurstchen.